Das sieht aus, story relevant. Oder wir kriegen gleich ihn auf den Sack. Ich bin Jani da. Ich wollte bloß mal gucken. Es wird mir was angezeigt und ich muss das kontrollieren. Der hat aber bessere Rüstung als Kabin. Das ist egal. Ich bin letztes Mal dreimal gestochen. Gepasst schon. Oh, da ist immer noch einer mit Knüpfen. Alter, der hat mich im Sprung erwischt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sankenland mit mir in den Kabin. Die Nacht ist fast vorbei. Und ich bin vorbereitet. Auf das Schlimmste? Na wohl, stimmt nicht. Das Schlimmste war gestern. Mann, wurde gestern fertig gemacht auf meiner eigenen Insel. Kriege jetzt so und suche mir neuen Ärger. So. Ich habe vor. Wir sind ja hier. Jetzt haben wir immer da und immer da irgendwas angezeigt. Was interessant sein könnte. Markierung kann ich ja nicht setzen. Wird einfach mal versuchen hier hin. Das sieht auch story relevant. Oder wir kriegen gleich ihn auf den Sack. Das ist natürlich auch möglich. Aber da kippt man denn, wenn es so weit ist. Machen. Oh, da ist Sonne. Warte, war zu weit. Äh, da müssen wir hin. Und jetzt hier bin ich in Miami. Ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Weil wie ihr seht, wenn es hinmäßig ist, äh, oh sorry. Schon wieder mit dem Fuß gegen die Kamera geht. Schauen wir mal, wa? Und ich kann ja auch so noch ein bisschen nebenbei tauchen gehen und so. Und so ein bisschen einsacken. Weil ich gehe davon aus, umso weiter weg, umso schwerer, umso besser es darf. Und sobald ich da rein gehe und versuchen Schwierigkeiten zu umgehen, solltet für uns kein Problem nicht sein. Das hat immer sehr gut bei mir funktioniert. Mindestens. Ach, das ist die Insel. Das ist die Kack-Insel. Aber das kann es doch ja nicht sein. Das ist doch direkt vor mir. Nee, das kann es nicht sein. Das muss dahinter sein. Ja, das kann es nicht sein. Jetzt habe ich eben gerade gedacht. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Erstmal kann ich. So, hier sind die Leute. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht gleich anfange zu schießen. Wäre ganz nett. Schön, dass die Straße hier ins Nirgendwo führt. Ins Nirvana. Aber hier hinten muss das irgendwo sein. Bin ich noch auf Kurs? Ja, bist du. Auf jeden Fall. Hast du das Spiel durchgespielt? Das ist doch die Insel. Das kann sie doch ja nicht sein. Das kann sie nicht sein. Das ist ja drei Kilometer daneben. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Hier bin ich falsch. Hier bin ich klein. Fehlt bloß an, dass ein Sniper drauf ist. Das kann doch nicht sein. Das soll wirklich das da oben sein? Ich gehe mal davon aus. Nee, ich kann das auch nicht. Das muss das sein. Ich fahre doch jedes Mal dran vor. Ich kriege eine Krise. Ich kriege echt eine Krise. Entweder bin ich zu blöd, die Karte zu lesen. Ich bin ja jetzt schon eh mal dran rum. Äh, vorbei. So. Das ist genau auf der Insel hier, dieses scheiß Ding. Das ist da. Das ist ja schon da. Äh. Verwirrt. Nee, rein theoretisch müsste es da sein. What? Ich bin ja nicht da. Ich wollte bloß mal gucken. Es war mir was angezeigt und ich musste kontrollieren. Und du hast eine Knifte. Also. Chill mal deine Nuggets. Ich will doch bloß Sachen kontrollieren. Und zwar, ob ich hier richtig bin. Nihihihi. Die mei. Da ist ja noch einer. Ey, ich habe diesmal einen Pika mit bei. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Der hat aber bessere Rüstung, Fabian. Das ist egal. Ich bin letztes Mal dreimal gestorben. Das passt schon. Das passt schon. Mit denen komme ich schon klar. Die sind ja dumm. Oder ich geweige mich damit an Nähe. Was ist genau das, was ich mir gedacht habe? Also erst, was ich erst nicht gedacht habe. Dann wollte ich nicht denken. Und dann ist es doch gewesen. Das ist aber nicht lootbar, oder? Das ist jetzt Gina mit einem Knifte, oder? Ich kann mich erinnern, dass hier sehr, sehr viele mit Kniften waren. Zum Beispiel da ist einer. Oh, da ist immer noch einer mit Knifte. Alter, der hat mich im Sprung erwischt. Ja, ja. Huha. Wuhan. Warte mal. Oh, nee. Ich bin... Ach. Oh, dann werde ich mal hier zu schwimmen müssen. Ey, was ist denn heute hier los? Das wird nicht besser. Alter, das wird einfach nicht besser. Ich wollte doch bloß das Symbol kontrollieren. Und kriege da einen auf den Sack, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie mein Eisen. Ich muss mir Pfeile bauen. Bolzen. Das wird gebolzt. Ich nehme mir jetzt das mit. Das kann nicht wahr sein. Seit gestern ist der Wurm drin. Kann ich bis dahin schwimmen? Mann, ey. Warum mache ich denn sowas? Ich werde versuchen, den irgendwie anzulocken. Und nicht gleich sofort zu sterben. Ich glaube, das ist eine Idee. Ich habe doch Bolzen gemacht. Ah, ein Bolzen. Was willst du von mir? Jetzt. Er war zu doof, umzuschalten. Oder beziehungsweise. Seht ihr? Alter, da holt die mich aus. Und hat Bogen raus. Darf ich nochmal dran ändern? Unsere Rüstung war aufgewertet. Also, nicht aufgewertet, sondern repariert. Das heißt, da kann ich gleich mit nackter Haut hinnehmen. Ich bringe genau das selber. Dass ich erstmal mein Stuff will da rankommen. Am besten ist, ich mache hier so ihn auf Taucher und dann schieße ich einfach. Dann komme ich aus dem Unterhalt. Äh. Hinterhalt, Menschen. Wird nicht besser. Wird eindeutig nicht besser. Aber da ist will er so. Wisst ihr, ich hatte will er so den Ehen, große Klappe und zack, Bums. Die haben Marianne schnell auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und er ist noch da oben. Mal eine Runde warten. Kann ich nochmal schießen? Dankeschön. Gut. Meine Unfähigkeit. Äh. Kompensiere ich mir denen ihre Unfähigkeit. Achso, ich habe ja nochmal ein paar Pantagen. Kann ich deine Knüfte wenigstens haben? Ja, aber die ist kaputt. Ist mir egal. Wie gesagt. Ich erwarte hier nichts. Achso, von denen sind andere. Aber es war ja eh nicht mit Schrutze. Blöde Kudi. Die erschießen mich. Ich erschieße sie. Bloß mal gucken. Oh, nicht schon wieder. So bei Kenna oben hier, ne? Ich möchte jetzt nicht nochmal. Ganz vorsichtig. Wie ein scheues Reh. So tippen, tappen. Tippen, tippen, tipp. Tippen, tippen, tipp. Tippen, tippen, tipp. Ja, da hinten, ne? Ich gehe mal kurz in Deckung. Noch sehen die mich nicht. Noch quasi unsichtbar. Ich kann es aber auch nicht sein lassen. Das geht nicht. Zack, Bums. Gleich will er in die Gefahr. Wenn ich hier so mal den so hier. Ja, ja, gut. Die sind so gemein. Ich bin so gemein. Also, wenn ich treffe. Ich werde diese Schwelle nicht überschreiten. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Dickmeister-Schütze. Na, 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 na. Komm mal, genau. Noch ein Stück. Nee, nee, nee. Schöner bleiben. Ach, Mann. Der hält aber viel aus, wa? Mehr als Säcke. Ups. Hä? Ha! Den brauchst du hier noch. Das ist ja noch hier noch. Da greift er gleich an. Gut. One-Shot. Geht doch nicht, One-Shot. Ja, erst mal schießen. Hey! Hör auf zu schießen! Ich hab Bandage gedrückt, du! Hannes! Hier. Kik, ich hab'n Scooter. Alter, ich drücke ditte und der nimmt ditte. Ey, die machen, was die wollen. Die ist ja Kai. Die ist weder Freund noch Feind. Ja, doch. Eigentlich schon. Ich versuch' den mal zu umgehen. Irgendwie. Der ist tot. Echt jetzt? Also, KI ist das nicht. Wenn die alle so sind, dann bleib' ich jetzt hier oben. Er freut sich. Guck mal. Yay! Ich sag' mal so. Meine, äh... Quote des Treffens und des Sterbens halten sich jetzt gerade in Waage. Aber das sind zwei Polizeiwagen, oder? Nee, doch nicht. Das ist ne Limo. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da ist er. Gratis-Munition. Der Inventar ist auch schon wieder fast voll. Gut, das hab' ich heute alles dran und lass' geplant. Naja, gut. Aber man sagt ja auch, man soll damit aufhören, wo man den letzten Tag angefangen hat. Nicht wahr? Irgendwie war das mal so. Ich mach' das genau andersrum. Ich mach' da genau weiter. Weil's so schön war. Oh, weißt du was? Ich nehm' das da auch noch. Dann hab' ich nämlich noch ein Feld frei. So. Ich geh' jetzt nochmal zurück. Am besten ist, ich spring' hier im Wasser und sterb' gleich nochmal. Nö, ich geh' unten lang. Wenn ich jetzt daran auch nochmal gestorben werde, dann wär' ich jetzt, äh, Fuchs-Teufels-Wild. Jetzt sag' ich euch. Ich hab' nur kontrolliert, ob ich aufgenommen hab. Oh, hier könnt' ich schön Eisen abfahren, wa? Eisen und Kupfer hab' ich gesehen. Schön. Und er ist noch da oben. Obwohl, ich kipp' mal. Letztes Mal haben wir die auch hier mit, 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 mit Armbrust platt gemacht. Und ich bin aber nicht so oft gestorben. Ah, ja. Dessen bin ich mich, bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, ich hab's so, das ihr für ihr habt, ich kann hier drin stürmen. Stürbenderweise. erst mal alle drin. Ähm, das auch. Das auch. Das auch. Das kann darin. Das Benzin kann darin. Problem gelöst. Jetzt freut mich, ob ich das... Nee, nee. Ich mach das erst mal hier am Rand. Erst mal am Rand das Altabarbeiten, das Auto da hinten. Ganz unauffällig. Jetzt fährt den aber auch nicht auf, dass ein paar Leute fehlen, ne? Sag mal, was ist mit Erwin? Hast du Erwin schon mal gesehen? Nö. Gutrunde ist auch weg. Die Gutruhen. Die hab ich nicht gesehen. Die war noch an dem Auto. Dann hat sie ein bisschen Silvester gespielt, ein bisschen rumgeballert und dann war sie weg. Hm. Merkwürdig. Egal. Aber wie gesagt, ich will erst mal kicken hier so munitionstechnischerweise, was ich hier so abgreifen kann. Nicht dein Ernst, oder? Das war noch nie abgebaut. Das war noch nie abgebaut. Für Schiss. Die haben mir das Auto geklaut. Ich hab gedacht, das bleibt dann so stehen. Was soll denn das da? Das ist ja mal enttäuschend. Ey, da sind mir bestimmt Waffenparts und so weggekommen. Abhandengekommen. Das prangere ich an. Das ist doof. Also darf ich die nicht looten, wenn ich mein Inventar nicht zu 100% leer hab? Zu 100%. Ich hab keinen gesehen. Musik hoch nicht. Ich mach jetzt ihn auf Berggrills. Sehr gut. Das ist sehr gut. Mann, Kabin. Das war die beste, was du bis jetzt gemacht hast. Eine erhöhte Position. Geht ihr da hin? Äh. Ich muss da erstmal gehen. Ich kann doch hier hoch. Ich kann doch hier hoch. Kette, die Fahrradkette. Na, da. Eine Tür? Ich sehe China. Warte, wie ihr seht. Das heißt nicht, dass China da ist. Das heißt einfach bloß, ich sehe die nicht. Hallo. Das ist immer gut. Weil die wissen noch nicht, wo ich bin. Kramaten. Kramatenstark. Das ist aber Kramatenstark weg. Da ist er. Wie könnt ihr ihn hier anballern? Daneben. Aha. So. Na, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Wenn der jetzt wirklich kommt und treffen tut, dann bin ich am Arsch. Der hat auch weh gegeben. Zurecht. Ich bin ja im Keller. Ich sterbe zwar immer selber, aber gut. Hm. Gut, ich hätte jetzt Rüstungsteile. Sollte ich jetzt unbedingt nach Hause und mir das alt so bauen und dann irgendwann vielleicht nochmal zurückkommen? Das wäre eigentlich clever, ne? So würde man das eigentlich machen. Versuche das zu umgehen. Vielleicht komme ich an den hinteren Hut ran. Ist ja möglich. Solange keiner schießt. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin Ninja. Ich muss bloß auf die Schüsse achten. Hey, keine Ahnung. Also, irgendwann liegt es schon wieder im Busch. Wie in der Nase fängt schon wieder an zu jucken. Aber wir waren doch letztes Mal hier hinten gewesen. Wir haben doch von hier hinten gestartet. Ich stecke zwischens wie Lager. Ich bin zu intelligent. Jetzt hinterherkommt? Ich versuche, die Sneaky Peaky zu erwischen. Ich habe ne Idee. Aber wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass die gut ist. Da sollt er sein. Da wird er sein. Eine gute Zeit, sich die Haxen zu brechen, wa? Keine gute Idee. Weiß. Aber ich sehe den nicht. Krass ist, aber die sehen mich gleich. Hä? Wo ist denn der hin? Ich will natürlich nicht, dass der hinter mir auftaucht. So, Freunde. Wollen die Schüsse mir? Ähm. Ich kann mich will da nicht entscheiden. Ach, weißt du, was? Hast du dir Zeit? Wenn ich jetzt die Granate zünde, dann bin ich nochmal Arsch, oder? Aber der ist doch schon mal weg. Dann kann ich das Zeug erstmal darin schmeißen. Ich hoffe, mir den anderen Staff holen, was in der Kiste drin ist. Wenn ich was gelernt habe, ist es nicht zu gierig zu werden. Erstmal. In den nächsten zwei Sekunden. Ja, ja, ja. Ja, die Granate, behalte ich lieber es nochmal. Es könnte sein, dass sie uns gute Dinge eröffnet. So. Das geht auch noch. So. Und wie gesagt, dann schmeiße ich einfach Granate rein und dann ist es gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass es nicht weh ist, wie man Granate hier nutzt. Nur mal so nebenbei, ne? Also, falls du trumpst und ich sollte wieder sterben, dann wisst du Bescheid. Bescheid. Gut, der Loot ist auch weg. Das will er geil. Hütte nämlich wenigstens den mit. Das ist, finde ich fies, dass das so schnell despaunt. Geht davon aus, als der inne war. Und dass der inne von Tome geschossen hat. Die ist das aber nicht. Bin mir nicht zu 100% sicher. Ja. So. Ich würde mal sagen, habt nach Hause. Äh. Mit Sack und Pack. Bessere Rüstung bauen. Und bessere Waffen. Ha. Das zweimal sterben hat sich doch gelohnt. Das ist doch... So spielt man das doch, oder? Keine Ahnung. Oh, schön. Hiftenteile. Helmenteile. Einzelwarte. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Das heißt, ich kann mir vielleicht irgendwann mal bald mehr... Das ist natürlich heute eigentlich fahren. Äh. Mehr Loot. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Herr nicht so teuer war. Glaube ich. Das haben wir gleich. Also den nächsten Besuch sprengen gegen Luft. Das ist euch schon mal klar, ne? Ich hab den, ich nutze den. Da ist er. Sechs Leder. Drei habe ich, ne? Das heißt, ich muss mir erst mal eine Couch suchen. Was was? Ich muss irgendwo Leder herkriegen. in den Ehen-Banditen-Camp. Da müsste eine Couch gewesen sein. Ich weiß bloß nicht, ob wir da hier noch Leder kriegen. Hm. Ich hab da ne Idee. Es ist nur ne Frage, wie oft wir sterben werden. Ach, ist ja ja. Wir machen enough Highlander und ist das okay. Okay. Jetzt muss ich jetzt mal von welcher Seite ich drin komme. Ich muss mir irgendwie so eine Lichtamboje hier hinbauen. Ich brauche wieder so einen Steg, aber ist dann beleuchtet. Und ich hoffe, dass sie beim nächsten Update oder in die nächsten Update endlich mal Rampen, Treppen drin bauen und so, die man richtig schön hier drin bauen kann. Das ist doch kein Bauen, ist das da. So. Halt. Nee, die Farbe wollte... Achso, da. Es ist so dunkel, ich hab's nicht erkannt. So, den Helm. Kniffte. Kniffte. Glas, lass ich nochmal hier. Nimm mit. Natürlich die Munition. So, Freundchen. Sportsfreund. Es weht hier ein ganz anderer Wind. Also, wenn ich's hätte, Es ist immer noch sehr, sehr dunkel. Aber gut. Nun gut. Muss ich jetzt nochmal nachschauen, was ich wirklich am Leder hatte. Hatte. Drei. Einzelwartig haben könnte Glück, dass der Händler irgendwas, also, dass sie was verkö... 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 Man kennt's. Vielleicht verkö... Oh, Alter, kann mir ein Speer bauen. Warten Sie mal, ich brauch mal noch ein bisschen Platz. Aber dann geht's ab. Sie warten Sie mal. Speer, Speer. Das wird jetzt... Das wird jetzt alles ändern. Oh, Moment. Äh... da hinten. Ich hab da gesagt, es geht ne gut auf Teilung. Moment mal. Ich hab da noch was im, 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 Paddelboot. Motorboot, Kabin. Das ist ein Motorboot. Paddeln hat schon lange nicht mehr. Da. Das ist so wenig. Aber ich hab doch noch was shit gehabt, oder? Also, ich bin mir schon wieder mal fast sicher, dass ich nur was hatte. Die Frage ist, wo? So, hier schon mal nicht. Das kann doch nicht wahrsehen. Ding. Wem wären sie ja, dass ich nur was hatte. Da haben bestimmt die Hotten Pocken geklaut. Wo ich nicht hingeguckt hab. Das wird das Sinn. Da unten ist ja eine Sprülle. Och, Mann. Ich wollt mir jetzt ein Speer bauen. Alter. Ich brauch ne kleine Pause. Ne, hier ist nichts. Schlimme ist, ich hätte die ganze Eisen da abbauen können. Na gut, hätte ich nicht. Ich hab ja keinen Platz gehabt. Wo hätte ich den da unterbringen sollen? Das hätte ja nie funktioniert. Mr. Carbin. Wanns mal, ich kann das aber so machen erst mal. Schmeiß das erst mal darin. Schmeiß ich das darin. Das heißt, wir müssen auch Komponente suchen. Wie ihr sagt, ich werd versuchen. Wieso, ich werd versuchen? Ich kann das oder jetzt machen. Wir sind hier nicht in Seven Days. Die hat troffen, die Alte. Vielleicht hat sie ja Leder. Die Möglichkeit besteht doch. Hier ist auch noch ein bisschen Leder drin. Äh, Klebestreifen mein Dick. Das wird doch jetzt reichen für ein bisschen Klebestreifen oder, äh, für ein bisschen Leder, oder? Wenn sie sowas da hat. Dicker. Dicker. Sortieren. Also, ich geh da Vermutung aus, dass die vielleicht sowas haben könnte. Wenn nicht, dann müsste ich nochmal zu der gewissen Insel hin. Und müsste da gewesen sein. Oder da. Ich glaube, das war da. genau, da ist die Mutanteninsel und dahinter müsste die Insel sein, wo zwar auch rumgeballert wird, aber das ist noch eine Starterinsel und ich glaube, da war eine Couch gewesen. So. Ey, Mädel, hast du ein bisschen Leder? Ja, sie hat alles, aber kein Leder. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich verarschen, oder? Wie? Ist es so? Willst du, dass ich mich in die Farbe gebe? Die hat ja noch nicht mal die Komponenten. Ist ja mal schwach. Na gut, da muss ich mir Wille in die Farbe geben. Aber nicht heute. Das soll erst heute genug gewesen sein. Ich bin heute oft genug gestorben. Ich hoffe, hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder beim nächsten Mal sterben. Dabei nicht morgen, sondern beim nächsten Mal sterben. Und dann gucken wir mal, das war nur uns einen Rucksack bauen. Ja. Schade, das liegt nicht. Also, ich kann das ja markieren, aber der übernimmt das ja nicht. Sobald ich mich auslocke, ist nicht mehr da. Versuchen hat. Also, bis denn, ich bin raus. Macht euch einen schönen Tag. Tschö.